You looked exe, let's go. Dieses Video soll jemanden verletzen und dient dich zur Deidung. Alles klar. Junge, da sehe ich mich. Einfach Montana Black, wenn seine Elektronik im Haus kaputt ist. Agatha! Agatha, schnell! Geh zum Sicherungskasten, da ist eine Sicherung rausgeflogen! Agatha Boogiebomb! Als ob, als ob ich, als ob, Junge. Ich weiß nicht, ob Monte jemals im Club war, aber wenn er im Club war und so getanzt hat, aktiv. Ich weiß nicht, dass ich Parodie habe. He, he, scheiße, Digga. Ah, fuck. Scheiße. Warum hätte er alles richtig gemacht? Die Lieferung frei Haus. Scheiße, Mann. Bro, ist doch alles fein. Oh, apropos Ramadan, da habe ich eine Frage. Wie ist es eigentlich, wenn man zum Beispiel jetzt so flüssig, wenn man so flüssig Nahrung isst? Darf man das? Weil man darf ja trinken, ne? Nachdem die Sonne untergegangen, ne, warte mal wieder. Man, ne, 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 ne. Es ist so. Also, ich erkläre euch das ganz kurz. Man darf trinken immer, wenn man die Augen zu hat, glaube ich, Simon. Und, ähm, flüssig Nahrung darf man tatsächlich nur durch die Nase trinken. Aber wenn das eine Auge halb zu ist, genau. Ja, ja, so ist das, Simon. Junge. Kupilpega. Obviously not. Wenn man, wenn man, wenn man, äh, wenn man Ramadan durchzieht, dann isst man erst nach Sonnenuntergang. Dann ist Iftar und dann wird erst gegessen und auch Nährstoffe zu sich genommen, wenn man, äh, wenn die Sonne untergegangen ist. Ganz einfach. Ganz einfach. Klingt mir ja auch. CAP M! H ment H E h h h h h h h h h D E R E die Ringe sich anfühlt, wenn die Kontaktbeschränkung von zwei Leuten auf 3 g h 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 Der ist lustig, der Mann. Weil ich mir ein schönes Leben gemacht habe. Also ich habe nie irgendwie rumgejammert oder so. Ich habe mich immer überall durchgekämpft, durchgehasselt. Aber irgendwann habe ich dann eine Arbeitsstelle gefunden, wo ich ein halbes Jahr Vertrag bekommen habe. Das war als Gabelstapler. Ja, wie gesagt, massiv kann auf jeden Fall als Gabelstapler arbeiten bei den Armen. Und das war mein Traumberuf. Dieser Spoiler. Marion, kannst du mir kurz warten? Thomas, halt deine... Meine Mutter hat mich einfach direkt geschlagen. Marion, ich bin wieder da. Wie war das nochmal mit deiner Kleinen? Ich bin drin. Ich war drin. Ich nicht. Ich war drin. Ich nicht. Ich komme nicht rein. Alter. Ich war drin. Hier ist das Gesicht eines Menschen, dem es richtig... ...geil geht. Ich muss... Ey, ich vermisse Jeremy Fragrance jeden Tag, als wäre er mein Vater. Der hat den Kokosnuss auf den Kopf gekriegt. Er hat zwei Kokosnüsse auf den Kopf gekriegt. Oh, die Stifte. Die sind auch teuer, die Stifte. Feinste Blumstifte. Ja. Alter. Ich mache mal wieder die Hautfarbe. Meine Bauarbeit, sobald ich mein Rathaus upgrade. Oh, die Junge, Alter. Oh, die Junge, Alter. Hallo. Hallo, hier ist der Thomas. Thomas, wie alt bist du, Thomas? Ich 29. Das glaube ich dir nicht. Ich glaube, dass Thomas... Thomas guckt auch Trimax-Streams. Bist du denn geboren, Thomas? Okay, ich bin elf. Schade. Okay, du darfst nicht spielen. Du bist zu jung, wirklich. Das tut mir leid. Okay, Thomas. Mach's gut. Leg mir mal. Junge. Ich hätte so gern, ich hätte so gern einfach einen Vogel, der für mich klaut. Ich hätte gern... Wenn jetzt angenommen, ich würde so einem Vogel beibringen, wie man Steuern hinterzieht. Oder Arkani zum Beispiel. Und Arkani würde meine Steuern hinterziehen. Und das würde auffallen. Wird der dann ins Gefängnis kommen? Ja, oder? Wenn meine Eltern fragen, was mir der Panini-Stick handeln soll. Ich bin immer noch ein Schüler. Aber was ich jetzt weiß, und ich sag's euch, ich hab ihm Multimillion-Level-Geld verdient. Obwohl ich einfach noch sagen muss, dass die Reaction von Rivet war echt gut. Rivet, die heißt Reveal. Wie heißt die? Revived? Revined. Revit. Revil. Ne, wie heißt sie? Revit. Revil. Wie spricht man sie aus? Revit. 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 Rev-well. Echt jetzt? Revit. Reviv. Revit. Revit. Revint. Ne. Revit. Also von Rabbit, aber Revit. Echt? Revit? Ja. Ja, ich schwör, ich hab die noch. Ich hab die immer falsch gesagt. Ich auch. Revit. What the fuck? Was ist das denn, Alter? Digga, das ist der Baba-Wagen, von dem ApoRed damals gerappt hat. Wir können diese Transaktion derzeit nicht bearbeiten. Wähle eine andere Zahlungsmethode aus oder versuche es später erneut. Ey, ich warte wirklich auf den Moment, dass wenn ich irgendwann mal einer auf Instagram schreibe und ich das übers Herz bringe und mutig genug bin, dass ich einfach als Antwort nur den Onlyfans-Link bekomme und sage, hier, werde kauf-fehlgeschlagen? Komm mal her. Von Memo, hops genommen. Guck mal, ob ich das verschenken kann. Was ist das? Warum? Warum? Willi zockt, danke schön. Also, ich habe jetzt eine richtig geniale Idee, also ich glaube, es wird dich eh nicht so jucken, so, I know, aber ich hole mir einfach so einen Goldfisch, den nenne ich dann so meinen Freund Und wenn mich dann so jemand fragt, hast du heute schon was vor, ist so, nee, ich unternehme was mit meinem Freund Oder wenn ich meinen Goldfisch dann so füttern muss, sag ich dann so, nee, sorry, ich muss noch was mit meinem Freund besorgen Hättest du doch mega schlau so, ich bin einfach schlauster Mensch auf der Welt, so, you know Weiß ich jetzt nicht, also du könntest ja auch einfach sagen, ich will mich nicht mit ihr treffen Real Talk auch schon mal gemacht, fucking weird Alter, ich liebe diesen Clip, ich liebe diesen Clip, ich liebe ihn, ich liebe diesen, oh mein Gott, ich liebe ihn Gleich, wartet, 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 bitte, bitte Gleich kommt sie, die Türken Bitte, bitte, bitte Ey, das ist nicht komplett, warte, 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 warte Ich brauche die komplette Compilation, das hier Ich sag nur, Türkei, 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 Türkei Champion, Türkei, Türkei Türken machen das unmöglich, ja immer möglich Wir wollen einfach Jetzt, der Typ, der Typ ist so krass Einfach umbringen, aber dann, aber dann Wisst ihr, was dann passiert, Jungs? Wisst ihr, was dann passiert? Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen Wir wollen einfach umbringen, aber dann, aber dann Wir wollen einfach umbringen, aber dann, aber dann Wisst ihr, was dann passiert, Jungs? Wisst ihr, was dann passiert? Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen Ich liebe diesen Clip Türkei, 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 Türkei Ich sag nur Tschechien, Mann, genauso 100, wenn wir das geschafft haben, wir sind im Finale, ich verspreche es euch EM gehört uns, wir werden Deutschland kaputt machen! Oh, 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 oh Ja, 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 ja Ich liebe diesen Clip, ich liebe ihn einfach so sehr Ich liebe ihn Wo waren wir dran? Wo waren wir dran? Mein Mann, Alter! Ist so, ist so, ist so, ich schwöre, es ist so Unsichtbar, unsichtbar ist Killer auf jeden Fall Aber die Frage ist, guck mal, wenn man unsichtbar, alle sagen, ich will unsichtbar sein, ja Wenn man in die Bank einläuft, ja, unsichtbar Und im Tresor drin ist, so Und die Kohle gerade rausholen Ja Die Frage ist Ja, Kamera Ob man, wenn man das Geld anfasst, ob es dann auch unsichtbar ist Oh Oder ob es dann nicht unsichtbar ist Ja Ich stell dir mal vor, Andy läuft einfach so Andy fliegt so Geld vorbei und arbeitest in der Bank Ist doch klar, da rufst du die Bullen an und tritt sich an Und der Banker fängt an, irgendwie in die Luft zu treten Ist so, ist so Oder Ich hab mir auch folgende Frage gestellt, Chat Obviously Wenn ich ja die Zeit anhalte, ja Wenn ich die Zeit anhalte Kann ich ja machen, was ich will Ich alter ja währenddessen Das heißt, ich halte die Zeit an Und ich muss ja weiter Meine Zellteilung geht ja weiter Und ich alter dementsprechend Das fällt ja am Anfang nicht auf Das fällt ja am Anfang nicht auf Weil ich bin der Einzige, der sich Also angenommen, ich würde die Zeit anhalten Und könnte mich in der Zeit bewegen Jetzt ist die Frage Wenn ich in die Bank reingehe Ne Und was klaue Die Kamera Filmt die weiter Oder hört die auch auf Ne Eigentlich müsste sie aufhören Eigentlich müsste die Kamera aufhören Aber das Problem ist Wenn ich das oft mache Alter ich ja immer wieder Und irgendwann hab ich das so oft gemacht Dass ich ein Jahr älter bin, als ich eigentlich alt bin Deshalb Es ist schwierig, sag ich mal Ey, du Bastard Kasper, du Bastard Kasper, dein Geist Lass mal die Kohle liegen Ich kann relate mit Hafti Guck mal, hier ist alles Bei Unit X ist wirklich alles Es ist alles in Medium HD Ich verstehe es nicht Ich hab das Video auf Full Ich hab das Video auf Full HD Das sieht aus wie von einem siebenjährigen Garenda Mit Digger Oh, ey, ey, ey Oh, ey, ey, ey Oh, ey, ey, ey